Musik Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist man schon fast schneller als bei Mardo. Ich komme überall hin und bin einfach Flexiser. Ich kann die gemütlichere Zeit lesen und rufen. Ich kann telefonieren. Was ich auch cool finde, ist die letzte Bahn abends zu nehmen. Wenn man von irgendwo nach Hause fährt, weil das dann plötzlich wie ein Wohnzimmer von einem. Es ist eine Geborgenheit da und alle fahren nach Hause. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020